Die beste Christmas Margarita, die müsst ihr ausprobieren und an Weihnachten mal servieren. Für eure Christmas Margarita stellt ihr zuallererst das Glas kalt, das brauchen wir nämlich später. Dann schnappt ihr euch einen Shaker, da kommen jetzt 5cl Tequila rein, einen, den ihr einfach da habt. Anschließend 2cl Triple Sack oder Orangenlikör. Jetzt brauchen wir für die Süße 1cl Agavendicksaft. Was in keinem Margarita fehlen darf, ist eine Limette. Davon geben wir 1cl vom frischen Saft mit in den Shaker. Und jetzt zum Schluss 3cl Cranberry Saft. Das gibt dem Ganzen so einen weihnachtlichen Touch. Das Ganze shaken wir jetzt auf Eis. Jetzt brauchen wir unser vorgekühltes Glas und ihr seht, wir haben es vorgekühlt, damit es diesen Frosted Look kriegt. Und in die Kopette Double Strain wir jetzt den Drink, damit der schön klar ist. Man sieht schon diese Mega Farbe durch den Cranberry Saft. Das Ganze gerne nehmen wir jetzt noch mit so einem Limettenrad und fertig ist die Christmas Margarita. Probieren wir das Ganze mal. Das schmeckt geil. Das ist wirklich...